Hey, ist das ein Sternchen? Was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil, heute mal wieder auf meinem wunderschönen, großen Account. Wir spielen heute ein bisschen Rugby. Dafür habe ich mich, bevor jetzt wieder jemand denkt, oh okay, mach mal wieder Rugby mit null Kills oder was? Nein, nein, aber ich wollte Easy da spielen. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht, ne? Aber ist ja egal. Ich habe ein paar tägliche Aufgaben zu erledigen und die Zeit läuft ja auch so ein bisschen hier gegen mich. Noch vier Tage für die Herausforderung. Und ja, am Wochenende spiele ich ja nicht, ne? Und wir haben es momentan Freitag. Also insofern muss ich mal gucken, ob ich das doch tatsächlich noch hinbekomme. Tja, was soll's? 34 Sekunden warten auf eine Rugby-Schlacht. Ja, ich denke mal, okay, gut, 23 Sekunden, 24 Sekunden. Super, perfekt. Dann haben wir das ja gleich. Subi, subi, subi. Ich würde ja gerne mich so gleich mal um den, äh, um den ersten Punkt kümmern fürs Team. Aber leider, 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 ihr wisst ja selber, ne? TU hat ja ein Update rausgehauen. Okay, gut, der Ton kommt einfach manchmal so verspätet, ne? Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, er hat sich ja um ein Update bemüht, um die Schlachten fairer zu gestalten, was ich gut finde. Ähm, ja, ne? Aber teilweise ist das, wenn ich hier den Namen so sehe, eine Katastrophe. Schönen Skin hast du da, Junge. Oder junge Dame, weiß ich nicht. Wir, wir, wir lassen, wir lassen hier alles offen, so, ne? Gut, sei's drum. Gleich müsste aber der Ball, äh, mal gedroppt werden. Wir haben hier noch ein paar Sekunden, die wir irgendwie überbrücken müssen. Ah, und meine Isida, okay, nice. Und meine Isida, äh, die macht mal wieder hier wundervoll Randale. Sehr schön. Wo fällt denn das Vieh? Oh, da ganz hinten. Ja gut, na gut, dann machen wir das gleich mal. Hoffen wir, dass wir uns an dem Typen hier heilen können. Äh, äh, ja, 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 nee, doch. Sechs Sekunden noch, schade. Schade, hätte ich mich noch heilen können. Na gut. Egal, versuchen wir es gleich nochmal. Ist ja noch nichts verloren, nicht wahr? Aber gleich. Aber gleich haben wir verloren. Ja, 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 ja. So positiv bin ich heute drauf. Ja, könnte mal sehen, könnte mal sehen. Hallo! Hallo! Vielleicht, ähm, ja, vielleicht sollte ich mich auch mal um, äh, anderen Schutz bemühen. Wir haben Isida, wir haben Ricochet, wir haben Firebird, wir haben alles hier. Hammer. Was ist denn das Nervigste? Gegen was brauche ich definitiv Schutz? Äh, weißt du, der, der Skin, ne, dieser Rico Skin. Alles klar, Mann. Gut. Dann hat es mal ganz kurz Kaboom gemacht. Ähm. Ja, der wirkt halt, weißt du, dadurch, dass es halt so ein Legacy Skin wirkt er halt so, als würde er mit so MK1-Ausrüstung oder halt im Null oder whatever. Was war denn das gerade? Habt ihr das gesehen? Bin ich gerade so ein bisschen, wups? Okay. Flyhack mal wieder aktiviert, oder was? Yo, sorry. Oh. Oh, Mama. Oh, Mama. Alles klar? Gut. Wie fahren wir denn? Wie fahren wir denn? Wo sind denn am wenigsten hier Gegner? Oh, Junge. Oh, Junge. Ey, drei Gegner hier. Okay, wisst ihr was? Ich mach mal hier gleich so ein bisschen Bunnyhoppen. Ja, ja, fast. Fast. Kamen sie da schon alle zum Punkt. Ja, 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 ja. So, solche Leute seid ihr. Okay, gut. Wenn ihr so kämpfen wollt, können wir das gerne machen. Nice, nice, nice. 1-0. Let's go. Weiter geht's. Ich muss ja hier auch noch in die Top 3 des Gewinnerteams kommen. Ah, ja, hä? Guck mal, wenn du gleich, wenn du gleich hier, ähm, gespawnt bist, dann kriegst du Damage. Ja, kannst du mal sehen. Ganz schlau von mir, oder? Ja. Sehr schön, sehr schön. Aber ich find diese Variation, ne, diesen Vampir-Modus, der ist halt, der ist halt echt zum Kotzen, ja. Also, wenn du Easy da als Gegner hast, so, das ist schon, das ist schon Hecht. Hecht. Das ist ein Hecht, ja, ja, ein Hecht. Vielleicht ein Kabeljau, wer weiß. Naja, das ist schon echt ekelhaft. Aber du musst halt wirklich da versuchen, richtig viel Damage rauszuhauen. Damit du irgendwie, trotz alledem, Schaden am Gegner machen kannst, ne. Wichtig. So. Sind wir hier auf dem Weg zum zweiten Punkt. Ohne meine Hilfe sogar. Ich, äh, versuch mich, alles klar. Finde ich aber schade, dass ihr solche Leute hier durchlasst. Ja, aber mich, mich lasst ihr nicht durch. Äh, von zwei Seiten angegriffen. Aber immerhin. Ja, also wirklich diese Variation, Vampir-Modus. Wenn ihr sie nicht habt, dann tut's mir echt leid. Wenn ihr sie habt, dann nutzt sie, ja. Also, äh, außer ihr wollt natürlich Support sein, ja. Ihr wollt halt die Easy da als, ähm, als richtige Support-Waffe einsetzen. Ähm. Dann ist es halt natürlich von Vorteil, sich nicht diese Variation zu schnappen. Okay. Äh, schade. Sehr, sehr schade, sehr, sehr schade. Aber eine gültende Box, hab ich gehört. Hab ich wahrgenommen. Wo fällt das Vieh? Wo fällt denn das? Hm, okay. Keine Ahnung, hab ich jetzt nicht gesehen. Wahrscheinlich wird mich im Video, im Video in den Kommentaren jemand darauf hinweisen. Die war da und da. Wie konntest du die nicht sehen? Sorry, ich war abgelenkt. Ich war abgelenkt, oh. Ah, gut, okay, gut, 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 gut. Ich bin noch immer, ich bin noch immer hier sehr gut bedient. So. Also, ähm, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich brauche Hammerschutz und ich brauche, ah, ich, 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 ich lass das nochmal. Ich muss mal gucken. Was können wir denn nehmen? Donner? Easy da. Tja, Donner, easy da. Hm. Hammer. Hammer, easy da. Und Firebird. Nice. Sehr schön. Einmal ganz kurz voll heilen. Einmal dafür sorgen, dass er seinen Overdrive nicht aktivieren kann. Sehr gut. schade gut aber wir machen jetzt erstmal ganz kurz hier die herzlichen glückwunsch wir machen hier mal ganz kurz die schutzmodule was habe ich gesagt war denn hier alles hammer easy da firebird so wenn jetzt ihre waffen wechseln rastig aus gut gehen einfach raus auch nicht schlecht auch nicht schlecht ja was was bringt mir jetzt noch meine meine was bringen wir jetzt noch meine schutzmodule wenn die leute hier rausgehen na super na gut so ich habe es leider echt noch nicht hinbekommen touchdown zu erzielen ich bin ja ich hätte mal lieber donnern nehmen sondern oder oder hat er gewechselt oder ist hier noch einer mit donner schwer zu sagen so aber ganz kurz danke klauen wir uns mal ganz kurz ganz kurz ganz kurz tesla ja also meine schutzmodule sind damit mal wieder völlig ja soll ich das jetzt machen oder was was hat denn der okay der hat adrenalin schade da komme ich leider nicht mehr hin viel zu weit weg viel zu weit weg ich habe vor kurzem eine goldbox gefangen jungs weg weg geht weg geht weg oh mein gott eiei ihr müsst auch schon schauen wo die leute hier mit dem ball ankommen ja meine güte meine güte weißt du wär voll cool wenn ich auch mal einen punkt erobern dürfte so wäre schon wäre schon wäre schon nicht schlecht ah du wirfst den ball ganz kurz das aber lieb dankeschön 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 23 kills habe ich nicht schlecht nicht schlecht ja wieso bin ich denn nie so im im team deathmatch da bin ich mehr so 12 23 statt 23 12 aber gut okay wir warten wir ganz kurz ab wo wohnwo 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 w süß wo wohnwo 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 das hinten ok wa silber Ton Kind после cervical Das ist der Anfang vom Ende So, aber Das Ende, das ziehen wir noch so ein bisschen in die Länge Wir machen hier mal Ganz kurz nochmal den sechsten Punkt, hoffe ich Hoffe ich jedenfalls Dumm, 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 dumm Irgendwann ist der Ball unten Easy da, der macht halt echt schon Schaden Das ist das Problem Auuu Meine Güte, meine Güte, meine Güte Gut Gut, ich merke so Ich bin hier der Einfach mal Weiß ich nicht, die Zielscheibe Habe ich das Gefühl Alle anderen kommen easy durch Nur ich nicht, da Keine Gegenwehr in der Abwehr Ne, aber wenn ich hier mit der Flagge mal wieder unterwegs bin Jo, alles klar Mann Jo, danke Für den Schaden Dankeschön Dankeschön Danke Dankeschön Falscher Gegner Ups Falschen Gegner anvisiert Aber ist es in Ordnung Am Ende gibt es Punkte für alle So Zweiter bin ich Ja Hätte ich Hätte ich einfach mal mehr Ähm Ja, wieso gehst du denn auf mich? Hätte ich mal mehr Äh Punkte Erobert Gut, gewonnen 4400 Kristalle 4444 Das ist doch mal eine schöne Eine schöne Zahl hier Ähm Ja, und ein paar Punkte gemacht 580 Gut Das ist doch sehr schön Das ist doch sehr schön Dann kann ich hier wenigstens zwei Aufgaben abgeben Perfekt 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 Äh Ja, wollen wir mal gucken Wie Team Deathmatch läuft, ne? Ich hab ja gesagt Also ich bin ja in dem Modus eigentlich dann voll die Niete Ich weiß nicht, warum das so ist Keine Ahnung Fragt mich nicht Aber Manchmal Manchmal, äh Eigentlich immer Läuft's nicht So 3600er Alles klar, Mann Alles klar So Na gut, na gut, na gut Ist in Ordnung Recht durchwachsen Aber Äh Ich sehe jetzt noch immer keinen Grund Zur Besorgnis Aber vielleicht ist das halt der Hochmut Der wie bekanntlich vor dem Fall kommt So Und in dem Fall ist es kein freier Fall nach oben Sondern mehr nach unten Let's go Okay, gut Der ist einfach rausgegangen Der dachte sich Na, ich, äh Ich gönne euch den Kill jetzt aber nicht Der so sozial war er fürs Team Ist im richtigen Moment rausgegangen Gut Sei's drum 5-1 steht schon mal Und ich bin nicht Derjenige Der, ähm Der zuerst hier, äh, draufgegangen ist Wundervoll, wundervoll Ach, Junge Wieso Ist diese Kombination so beliebt Oder ist es Oder ist es hier wieder Derselbe Ich, äh 50% Schutz, ne Könnte sein Ich hab mir den Namen nicht gemerkt Hallo Aber falls du in der Schlacht Gerade eben warst Äh Ja, willkommen zurück, ne Oh man 47% Nix gut Gar nix gut Oh mein Gott Gar nix gut Da war jetzt auf einmal alles weg Oi, 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 oi Warte Easy da, hell me noob Alles klar, Mann Hahaha Was willst du von mir? Highway to hell oder was? Soll ich das jetzt singen? I'm on high Hahaha Wir lassen das mal lieber Okay, ähm Ja, ich weiß Er hat heel falsch geschrieben Aber, ne Wir nehmen ihn beim Wort Höllen mich Oder was? Was soll denn das heißen, Junge? Ich hölle Du höllst Wir höllen Oder was? RCS höllt Haha Was willst du eigentlich von mir? Hast du den Upsala Jetzt Er ist nicht draufgegangen Oder was? Na gut Hast du eine Packung Milch gehüllt? Ultra hoch erhitzt, ne? Jetzt wisst du woher das kommt Haha Upsala Jetzt wisst ihr das Ei, ei, oi, oi, oi Gibt's doch nicht Aber gut Immerhin 6,3 So Mann, 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 Mann Guckst du mal, was ich hier hab Ausgerüstet Ich kann dich natürlich heilen, ne? Aber, ähm Ja, wie lange bin ich damit beschäftigt? 3000 Sekunden oder was? Je nachdem, was du hast Muss das sein? Ne, wa? Glaube ich nämlich auch Muss nämlich nicht sein Aber guck mal Wenn ich jetzt hier rumba-sumba mache Ja, guck mal Bringt nix Eins Ja, kannst du mal sehen Und für dich werde ich sicherlich Nicht meine Variationen ändern Ich würde mir höchstens Eine andere Waffe holen Wenn die Leute hier Ähm Mehr Schutz haben Oh, bitte, bitte, bitte Sei nicht klug Oder guck einfach nicht Ah Ah Hab ich mir ein bisschen Zu viel Zeit gelassen In der gegnerischen Base Na gut Ist in Ordnung Wer war das überhaupt? Ayub, was, was? Ayub, wasi? Okay Gut Ja, wer spielt denn bitte Mit der Sumo-Variation? Hast du nichts besseres? Leute, mit der Sumo-Variation Erstmal so Ey, was soll denn das? Ähm Na gut, na gut, na gut Ja, jetzt verlassen die Leute Könnt ihr mal sehen Wie gut ich bin 8,5, ne? Mahlzeit So Weiter geht's Weiter geht's My friendo Do you have MK8? Alles klar, Mann I am friendo ritado Oh, der hat seinen Overdrive benutzt Wow, 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 wow Sum, 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 sum Einmal bam, bam, bam Machen hier Och, Jungs Och, Jungs Och, Jungs Och, Jungs Oui Falsche Richtung Oui Oui, oi, oi Na gut Was soll's I talking to you You are not my friend You are my brother, my friend Okay, jetzt Hör mal auf hier, du My friend My friend Ich hoffe Ich hoffe, der vertippt sich einfach nur Dankeschön Immer wieder gut hier Oh, ich muss Bei dem muss ich ein bisschen Abstand halten Oui, oi, oi, oi Wow Was ist ein Schaden Was ist ein Schaden, du? So Was sind das noch für Gespräche? I know you in the Bloy Team Oder Blö Come on, talk Come on, talk to me Also Wird ja Nicht beachtet Von anderen Leuten So, dass er jetzt Irgendwie Beachtung In T.O. braucht Man weiß es nicht Ne Man weiß es einfach nicht Ui, oi, oi, oi Ei, nix Talk Ken So So schreibt man das doch, oder? Vielleicht versteht er das ja Wer weiß, wer weiß Ne Weißt du, vielleicht gleicht sich ja Falsches Englisch mit falschem Englisch aus Und da versteht man sich besser Wisst ihr, was ich meine? Ist so wie Minus, Minus ergibt Null, ne Äh, ergibt Null Sorry, ergibt Plus Ja, ja klar Also Null, Minus Null ergibt auch Null, ne Und Null, Minus, Minus Null You have, what? Wat willst du? You have bad Bad Achso You have best easy done How? How? Tja Weiß ich nicht MK8 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 Hau So Hau Oh Mann Ganz ehrlich, ich gucke gar nicht mehr auf den Punktestand hier, ne Ist mir ja mittlerweile alles egal So weit ist es schon gekommen Wah Sehr gut End Was willst du denn eigentlich von mir? Frag ich mich Was, also Was, was genau Was genau Soll ich ihm Soll ich ihm jetzt sagen? You are helling yourself Oder was? Ja, ich hölle mich Kannst dich selber höllen Yes I am self Helling So Ah, Mann, 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 Mann Ach, herrlich, ey Theo ist immer für sowas gut, ne Also sollte man jetzt nicht unbedingt benutzen Um sein Englisch zu trainieren, ja Also nur mal so Ganz Ganz, 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 äh Ganz kurz am Rande erwähnt, ja Also Wenn ihr tatsächlich, äh, Englisch lernen wollt Dann macht das lieber nicht in Theo Es könnte zu, zu, ähm, ja Im, im realen Leben zu komischen Konversationen führen, okay You have to buy Was denn? Was, was muss ich denn buy? How can I get it? Open Containers Oder Ja, was ich meine Naja, keine Ahnung Irgendwie wirst du schon da rankommen Ja, mach dir mal Gedanken drüber Yo Soll ich dich jetzt heilen, oder was? Guck mal Guck mal Er ist sehr fokussiert Hier ist fokussiert You can't healing me Why? Sorry, you can't healing me You can't healing me why Because I'm Vamp Because I'm Vampir You know? Oh, Mann, ey Das ist echt zu köstlich Aber lustig, äh, dass meine KD noch immer hier, ähm Noch nicht im Nuller-Bereich ist Aha Denkst du mir aus, was willst du von mir, du Vogel? Schreib mal richtig Ja, herrlich Ja, und der Robert, der Platz 1 ist, weißt du, der, der macht hier gerade voll einen auf Superheld, ne? Der, der, durch ihn können wir halt so eine Scheiße hier machen What? To help Russian? Wow, 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 wow Eieieiei Hey Das hab ich jetzt aber nicht gelesen My friend Hab ich jetzt aber, hab ich jetzt aber nicht gelesen, okay? Ja, jetzt, äh, bloß nicht hier Bloß nicht hier jetzt, äh, feindlich werden, okay? Will ich hier nicht haben Ja? Will ich hier nicht haben Okay Das geht jetzt mal überhaupt nicht, ja? Also hier Feindseligkeiten müssen wir hier gar nicht erst schüren, ja? Äh, liebe, Friede, Freiheit für alle, okay? So Mann, 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 ey, solche Leute, ne? Könnte ich mich gleich wieder aufregen Jetzt ist die Stimmung im Keller Gibt's doch nicht So, hat der andere was geschrieben? Ähm, ähm, ne? Mann, 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 Mann Heieieiei Heieiei, nee, jetzt bin ich aber sauer Jetzt bin ich sauer So, gibt's doch nicht Unfassbar So ein Verhalten, ne? Kannst du dir den eh ausdenken Einfach aus dem Nichts, ja? Einfach aus dem Nichts Unglaublich So Dankeschön Es war jetzt echt ein Stimmungskiller Muss ich ehrlich sagen Ich dachte, wir haben ja alle Spaß Nee, nee, jetzt auf einmal nicht mehr So, aber immerhin Wir haben das Match gewonnen Das ist doch immerhin Immerhin, immerhin, immerhin Immerhin etwas Positives, ne? So Klauen wir uns mal ganz kurz nochmal den Typen hier Juden Dach Wird geht Dankeschön 29,16 Ja, nice Ich bin eine Bereicherung fürs Team Juhu Wunderbar Ähm Aßerdem So ganz stimmte das ja auch nicht Dass ich ihn nicht heilen kann Ich kann ihn schon heilen, ne? Es dauert halt nur Es dauert einfach nur Ha, genauso wie ich dich heilen kann Wenn ich Bock hab Vielleicht hältst du jetzt einen Schuss aus Wer weiß Oi, 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 oi Nice Oi, 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 oi Gut Da war jetzt ein bisschen zu viel los Aber was soll's Immerhin, ich beende Oh, mal gucken Mal gucken, mal gucken Vielleicht beende ich das ja auch als Platz 3 Wer weiß Puh, ich hoffe, das war jetzt noch Platz 2 Gucken wir mal Ja, 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 ja Tatsächlich, tatsächlich Ja, sehr schön 500 Punkte mal wieder gemacht Damit hab ich auch noch die Letzte tägliche Aufgabe Beenden können Dankeschön Wundervoll Prima Ja, was hab ich denn hier eigentlich noch? Drei Schlachten beenden, alles klar So, ich hoffe, es hat euch gefallen Macht das gut oder auch besser Rinja und ist ja klar Wir sehen uns im nächsten Teil wieder Ähm, ja Bis dahin Noch einen wunderschönen Tag Haut rein Ja, ja, ja